Jungs und Mädels, liebe Freunde der digitalen Bildbearbeitung und Fotografie, ich habe wieder was für euch und zwar wisst ihr bestimmt, dass es auf meiner Seite etliche Sachen zum Downloaden gibt und zwar kostenlos. Ja, wir erstellen sogenannte Free-Pakete zusammen mit Stockfotos für euch und die haben es in sich. Und dieses Mal kündige ich jetzt einen neuen Download an und zwar nennt sich der Keys. Ich habe am Flohmarkt unfassbar viele coole Schlüssel gefunden. Nicht nur den, sondern auch andere, für euch gut in Szene gesetzt und natürlich wieder auf die Seite www.schweighofer-art.com zum Download hingestellt. Das Ganze war natürlich viel Aufwand, das heißt, wie immer geben wir euch die Möglichkeit dafür zu bezahlen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr denkt, ja das sind so 3, 4, 5 Euro wert, macht das. Ihr kriegt natürlich eine Rechnung, das Ganze läuft ganz offiziell oder ihr klickt einfach auf 0 und dann bekommt ihr den ganzen Download natürlich auch kostenlos. In diesem Sinne stürmen wir da auch weiter rum. Es gibt ja mehrere Sachen, zum Beispiel die Maloka-Downloads. Das sind schon etliche Male runtergeladen worden und falls ihr es noch nicht habt, es gibt immer noch den Steampunk- und den Waterpix-Download. Auch das alles Free-Pakete, die man eben bei mir runterladen kann. Und sollte jemand sagen, ey, ich möchte unbedingt wissen, wie ich die Sachen anwenden kann, beziehungsweise möchte er weitere Sachen lernen, was Fotografie und Bildbearbeitung angeht, dann schaut er doch einfach bei den kostenpflichtigen Downloads. Das sind Tutorials, wie zum Beispiel jetzt eben das Low-Budget-Projekt mit Alexander Heinrichs, das auch extrem viel Wissen preisgibt und etliche Stunden dauert, inklusive dem ganzen Download- und Videomaterial dabei, also ein unfassbares Paket. Naja, gut, ich würde sagen, mit den Schlüssen kann man viel machen. Ich zeige euch jetzt natürlich noch ein paar Bildchen, was ich damit so gemacht habe. Bin gespannt, was ihr draus zaubert. Lasst es mich wissen. Schweighofer and out!